Ah, ich sehe schon wie es wirkt. Guten Morgen. Es ist ziemlich früh. Wie jeden Morgen. Kokosöl, Löffel, Kaffee. Ohne Kaffee starte ich nicht in den Tag. Ohne den Kaffee funktioniert so einiges für mich. Wie kennt ihr das? Ihr macht uns in einer Quali mit. Berlin Throwdown. Und Belgian Throwdown. Ich habe gestern gefühlte 25 Stunden versucht, meinen Score einzutragen. Mein Score, Alter. Meinte, ich habe das gepackt. Jetzt habe ich den immer noch nicht eingetragen. Aber mir fehlen 500 Stunden Schlaf. Er ist ein Symbol. Was euch einmal wirklich interessiert, ist Ernährung und sowas. Zugegebenermaßen habe ich gestern schon mal angefangen, so einen Full Day of Eating zu machen. Aber das muss ich verschieben. Mit der Kamera irgendwo sitzen und essen. Beschweige denn bei der Arbeit ist nicht so leicht. Das mache ich nochmal. Also wenn ihr wollt, kommen wir zu meinem Bulletproof Kaffee. Der Kivi hat glaube ich schon zweimal gefragt, was das soll. Mit Recht, Kivi. Es winden sich die wildesten Gerüchte um diesen Kaffee. Also man sagt sogar Fettverbrennungsförder. Allerdings glaube ich, so ein Kaffee hat bummige 250, 350 Kalorien. Für einen Kaffee am Morgen. Und das ist jetzt das einzige, was ich esse, trinke, zu mir nehme. Darauf gehe ich gleich ein. Schon ganz ordentlich ist. Fakt ist, Koffein bringt mich in Schwung. Da ich morgens um fünf trainiere, kann ich eben nicht um drei aufstehen und mir eine Vollwertkost reinziehen. Der Kaffee geht wahrscheinlich durch das Koffein. Gehen die Nährwerte des Fettes, also des Kokosfettes, sofort in den Körper. Und stehen mir halt direkt zur Verfügung. Das heißt, ich kann halt gleich ohne dicken Hunger erst zum Training. Nach dem Training gebe ich mir dann ein Shake und ein gewaltiges Frühstück. Aber auch darauf gehe ich mal, wenn ihr wollt, an diesem Full Day of Eating ein. Das ist schon alles. Das ist mein Bulletproof Kaffee. Soll mich einfach nur kicken und für ein bisschen Energie sorgen. Ich mache das so wie mit allen Dingen, die ich zu mir nehme, dass ich natürlich von Möglichkeiten höre, Energie zu gewinnen. Ich habe es ohne Kaffee probiert. Nee, nie ohne Kaffee. Aber ohne meinen Bulletproof Kaffee am Morgen. Und mit. Ich habe mit einfach mehr Energie. Das empfehle ich übrigens jedem da draußen. Also allen 122 Abonnenten. Und denen, die es heimlich gucken, findet euren Weg. Guckt mal, was für euch gut ist. Es gibt Leute, die leben ganz gut damit, morgen eine Stunde zum Frühstücken. Nicht alle trainieren um 5, sondern vielleicht auch erst um 5.30 oder 6.00. Oder auch erst um 18.00 Uhr. Also ich mache es zum Beispiel so, dass wenn ich, die Wirkung scheint immer gut zu sein. Aber wenn ich jetzt einfach nur zur Arbeit gehe und nicht um 5.00 Uhr trainiere. oder am Wochenende meinen Kaffee trinke, dann kommt da Milch rein. Oder gar nichts. So, fertig. So, während ich mich hier langsam aus- und wieder anziehe. Vielleicht putze ich halt sogar noch meine Zähne. Dann kommen wir mal zu meinem Subs-Ritual. Was es bei mir zweimal am Tag gibt. L-Glytamin-Hersteller ist mir völlig wumpe. Ich gehe also in der Regel zu dem Subs-Dealer meines Vertrauens. mit kleinen Teelöffel. So, zack. Dann sage ich gerne L-Glytamin. Was nimmt man da gerade so? Ich bin da also bis jetzt gar nicht so, was ich sage. Ich nehme immer eine bestimmte Marke. L-Glytamin. Was soll das? Seit ich zweimal am Tag trainiere und auch noch morgens. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Training intensivieren. Die Katze meiner Frau stuppert gerade an der Kamera. Weg! Die weiß noch nicht, dass sie ins Heim kommt. Seit ich also wirklich viel trainiere, mehr trainiere. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Trainingsintensität hoch. Immunsystem geschwächt. Das heißt, man ist einfach anfälliger. Das wird jeden Morgen relativ unemotional weggeäumelt. Und bei der zweiten Einheit am Tag kommt das in meinen Shake. Zwei Gläserchen. Und das versuche ich eigentlich auch an Nicht-Trägenstagen einzuhalten. An Nicht-Trägenstagen habe ich mir mindestens morgens auch so ein Glas rein. Wasser am Morgen macht eh Sinn. Wasser ist immer gut. Und ein Teereöffel tut nicht weh. Schmeckt irgendwie nach nichts. So einfach ist es. Hier im Hause Boot. So, ich ziehe mir mal wieder was an. Kommen wir zum Shake. Erstes Training. Shake. Whey rein. Auch beim Whey bin ich. Stühlen jetzt einige Leute auf oder irgendwie so. Relativ schmerzbefreit. In diesem Fall ist es kein Foodspring. Ich schütte meinen Spray da immer nur rein. Weil es aus dieser Dose leichter rauszupoolen ist als aus diesen fiesen Tüten. Drei gehäufte Asswöffel. Was ich immer noch mit reinhau ist Maltodextrin. Kohlenhydrate wird man noch dick von. Durch die schnellen Kohlenhydrate, also das geht sofort ins Blut über, hat der Körper die Möglichkeit die Proteine auch wirklich sofort aufzunehmen und die Regeneration, die es ja eigentlich geht nach dem Training, sofort zu starten. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist danach, keine Ahnung, eine Banane essen. Wir können auch ein Stück Zucker lutschen. Das ist mein Shake. Mehr ist da gar nicht drin. Wie gesagt, bei der zweiten Einheit am Nachmittag kommt ja diesen Shake auf das Whey und auf die schnellen Kohlenhydrate kommt nochmal ein Löffel L-Glytamin. Aber das habe ich ja gerade eben schon so zu mir genommen. Das war's. Mehr ist nicht in meinem Shake. Keine wilden Geschichten. Kein Kreatin. Wird zugemacht. Und nach dem Training kommt da Wasser rein. Dann wird das geschüttelt. Und weggehauen. Schmeckt sogar ganz gut. Manchmal. Ich bin langsam abfahrbereit. Es ist auch schon 5 Uhr. Mein Training beginnt. Ich habe gerade eben den Jungs geschrieben, dass ich ein bisschen später komme. Kommen wir zu meinem weiteren Zaps. Das machen wir mal fix. Keine wilden Nummern. Keine Geschichten. Keine Spritzen. Keine fiesen Kuren. Was ich mit dreimal am Tag reinhaue. Weil ich, so wie der lieber Alex auch, einfach zu selten Fisch esse. Wenn ich Fisch esse, lasse ich das aus. Aber grundsätzlich haben wir drei Tabletten. Das sind so fiese Fischöl-Tabletten. Das sind so Kapseln. Die platzen ganz gerne. Alter, ey. Wir warten die nicht bei euch in der Hosentasche auf. Ja, davon pfeife ich mit drei am Tag rein. Jeweils immer zu einer Mahlzeit. A, weil natürlich der Körper, wenn ich was esse dazu, das Ganze ein bisschen besser und schneller aufnehmen kann. B, ja ey. Fischöl. Das löst sich recht schnell auf. Und du willst einfach nicht nur Fischöl im Magen haben. Weil du willst nur mit Fischöl, echt, willst du nicht aufstoßen. Ansonsten gibt's für mich noch am Abend, wenn ich nach Hause komme, zur letzten Mahlzeit. Vitamin D3. Eine Mini-Pille. Und Vitamin K2. Vitamin D3, um die Regeneration ein bisschen zu beschleunigen, den Schlaf ein bisschen zu intensivieren. Schlaf, Regeneration. Ohne Regeneration kein sportlicher Erfolg. Dafür ist das Vitamin D da. Vitamin D3. Vitamin D gewinnt man auch über die Sonne. Alter. Ich wohne in Hamburg. Vitamin K2 ist wohl dafür da, damit der Körper das Vitamin D3 besser aufnehmen kann. Ist doch eine Menge, ne? Und dann, ganz wild davon auch noch eine. Das ist ein Zink-Magnesium-Kalzium-Komplex. Auch keine wilde Nummer. Könnte man auch über die Ernährung aufnehmen, aber so geht es schneller. Ja, wie gesagt, alles keine wilden Geschichten. Ich bin kein Ökotrophologe. Das heißt, da draußen gibt es jetzt wahrscheinlich den ein oder anderen Klugscheißer, der mir sagen will, was dumm ist, was ich besser machen sollte, oder was mich in wenigen Jahren dahin raffen lässt. Hauen sie raus. Ich bin offen dafür. Bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Mein Bulletproof-Kaffee hat mir bis jetzt noch nicht meine Magenschleimwand zerstört. Und die Squats laufen auch. Einigermaßen. Es ist kurz nach fünf. Ich muss echt dringend zum Training. Ich komme vier zu spät. Falls ihr noch Fragen habt, also zur Ernährung, was ihr bestimmt noch wissen wollt. Klibi, deine Frage habe ich ja jetzt beantwortet. Haut raus in die Kommentare. Echt. Ich freue mich ein Keks. Ihr habt gar keine Ahnung. Ich glaube, ich check fünf, sechs Mal am Tag die Kommentare. Ich freue mich echt, wenn da irgendwas steht. Selbst wenn ihr mich beleidigt. Ne, Mann. Beleidigungsne Kacke. Alter, was ich ja fast vergessen hätte. BCAAs. Nichts anderes als eine leere Flasche. Bisschen BCAAs. Und dann gib ihm. Zack. Das ist dieses Getränk, das, wenn ich das vor Ort mit Wasser mixe und auffülle, so ein bisschen aussieht wie eine Urinprobe nach einer durchzechten Nacht. Ich mache Orange ganz gern. Das fülle ich vor Ort mit ein bisschen Wasser auf und fertig ist der Lachs. Das sind meine BCAAs. Zwei Mal am Tag zu jedem Training. Ich trainiere nicht ohne BCAAs. BCAAs sollen im Grunde die Muskel schützen. Nun ist ja Training immer hoffentlich intensiv. Crossfit natürlich nicht ganz ohne. Das heißt, ich will, dass wenn der Körper auf Reserven zurückgreift, oder überhaupt auf Dinge im Körper zurückgreift, dass er nicht auf den Muskel zurückgreift. Die Muskel verbrennt er ganz gern mal. Das geht schnell. Das kann er ganz gut. Seht euch Marathonläufer an. Ich weiß nicht, ob die keine BCAAs nehmen. Die haben einfach eine extrem hohe Belastung und machen Dinge sehr, sehr lang. Was verbrennen die? Fett natürlich. Aber vor allem auch Muskeln. Das will ich nicht. Ich brauche natürlich Ausdauer. Im Grunde macht das Sinn, wenig Körpergewicht mit mir rumzutragen für viele Ausdauerübungen. Aber ich brauche eben auch Muskeln und Kraft, weil ich A ordentlich Deadliften will, squatten will und B am Strand auch nicht aussehen will wie eine Wurst. B, C, A. Kommt hier rein. Fertig. Kann man auch fertig kaufen mit irgendwelchen Herstellern. Alter, wenn Alex immer zum Training geht und die Kamera dabei ist, scheint die Sonne. Und blendendes Wetter. Und warm. Bei mir ist es nicht mal hell. Also, na fast. Guck mal. Der Law Horse. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020